Ich zeig dir die Sterne an einem wunderschönen Ort. Dass du nicht zurückkehren wirst, weißt du nur noch nicht. Die 36-jährige Marie verliert ihr Leben, weil sie mit einem Mann mitgeht, der alles andere als einen romantischen Abend im Sinn hat. 20 Jahre später wiederholt sich dieses tragische Szenario das Opfer Maries Tochter Patricia. Patricia ist eine 36-jährige, alleinerziehende Mutter. Sie hat eine 12-jährige Tochter namens Amanda. Gemeinsam ziehen sie nach Lawrenceburg, Indiana, um dort mal wieder neu anzufangen. Patricia kämpft sich. Zusammen mit ihrer Tochter verbringt sie sehr viel Zeit in der Natur. In den Wäldern fühlt sie sich wohl. Dort ist sie ihrer Mutter nahe. Patricia und Patrick lernen sich auf einer Datingseite kennen. Patrick merkt sehr schnell, dass sie zwar Interesse hat, sich aber nur schwer öffnen kann. Er verbringt so viel Zeit wie möglich mit ihr, um ihr zu beweisen, dass sie ihm vertrauen kann. Es dauert sechs Monate, bis Patricia sich ihm gegenüber öffnet und ihm erzählt, was mit ihr los ist. Im Teenager-Alter muss sie einen tragischen Verlust erleben. Ihre Mutter, mit der Patricia immer sehr verbunden war, wird leblos in einem Wald aufgefunden. Das damals 16-jährige Mädchen verliert den Boden unter ihren Füßen. Patricias Mutter Marie war ebenfalls alleinerziehend. Sie war oft mit ihrer Tochter in den Wäldern wandern. In der Natur verbrachten die beiden extrem viel Zeit miteinander und wurden ein unzertrennliches Team. Beim gemeinsamen Wandern und Erkunden konnten die beiden aus der Realität fliehen und sich nur um sich selbst kümmern. Marie, ebenfalls geschieden, geht eines Abends für ein paar Drinks in eine Bar. Dort lernt sie Dennis Mitchell kennen. Die beiden harmonieren sofort miteinander und unterhalten sich pausenlos. Der Abend wird zunehmend lustiger und Marie immer lockerer. Sie findet Gefallen an Dennis. Er schlägt vor, aus der Bar zu verschwinden. Dennis will sie an einen besonderen Ort bringen, wo er mit ihr den klaren Sternenhimmel bewundern und den Abend ausklingen lassen kann. Marie ist beeindruckt und setzt sich gegen 22 Uhr zu ihm ins Auto. Ziemlich zielsicher fährt Dennis durch den dichten Wald und betont, dass er genau wüsste, wo sie hin müssten, um den besten Blick auf die Sterne zu haben. Irgendwann stellen sie das Auto ab und Marie folgt ihm noch ein ganzes Stück zu Fuß. Am Ziel angekommen stellt sie fest, dass der Ort tatsächlich etwas Magisches hat. Mitten in der sternenklaren Nacht. Sie genießen den Blick in den Himmel. Tiefgründige Gespräche und die friedliche Nacht erzeugen bei Marie eine gewohnte Vertrautheit. Als Dennis ihr dann aber immer näher kommt und sie berührt, fühlt sie sich zunehmend unwohler. Ja, sie mag ihn, aber für etwas Körperliches ist sie ganz und gar nicht bereit. Für das erste Date ist das viel zu früh in ihren Augen. Sie sagt ihm ruhig, aber bestimmt, dass sie noch nicht so weit ist und ist sich sicher, dass sie auf Verständnis stößt. Dennis lässt sich aber nicht so leicht davon abbringen. Ihre Abwehrhaltung beginnt ihn aggressiv zu machen. Im nächsten Moment entwickelt er sich von einem romantischen zu einem sehr groben und fordernden Mann, der an sein Ziel kommen möchte, egal wie. Marie überkommt eine Panik und sie versucht sich dagegen zu wehren. Im tiefen Wald kann sie aber nach Hilfe schreien, so viel sie möchte. Es wird sie niemand hören, das ist ihr bewusst. So muss sie das Ganze über sich ergehen lassen. Dennis vergnügt sich nicht nur an ihr, sondern verletzt sie mit seiner brutalen Art mehrfach. Sie kämpft in Todesangst gegen seine Kraft an, doch scheitert kläglich. Verletzt liegt sie auf dem Waldboden und versucht zu sich zu kommen. In einem kurzen Moment, als er sich die Hose zuknöpft, ergreift sie ihre Chance und rennt panisch los. Im völligen Überlebensmodus und voll mit Adrenalin läuft sie um ihr Leben. Sie erreicht das Auto, in dem aus irgendeinem Grund der Schlüssel steckt. Jetzt muss sie nur noch den Motor anschmeißen und dann schafft sie es aus diesem Albtraum. Leider erreicht Dennis sie aber, bevor sie losfahren kann. Er zieht sie wütend aus dem Wagen und beginnt, mehrfach auf sie einzustechen. Sie verliert das Bewusstsein und ihr Leben. Dennis lässt sie liegen und fährt zurück in die Stadt. Er betritt um ein Uhr, blutüberströmt die Bar, in der er kurz zuvor mit Marie einen schönen Abend verbracht hat. Alle Augen sind auf ihn gerichtet und zunächst denkt jeder, ihm sei etwas passiert, weil er schreit und weint. Dennis gesteht dann aber sofort, dass er gerade eine Frau ermordet hat. Einige seiner Freunde, die ebenfalls in der Bar sind, versuchen das Blut von ihm abzubekommen. Er ruft von dort aus seine Mutter an und gesteht auch ihr, was er getan hat. Die Polizei wird gerufen und wird von Dennis in den Wald geführt, wo Marie liegt. Er behauptet tatsächlich die ganze Zeit über, dass Marie ihn angegriffen und er sich nur gewehrt hätte. Er wird festgenommen. Drei Tage später behauptet er dann allerdings, dass ein Mann, den er weder kennt noch beschreiben kann, der tatsächliche Mörder von Marie sei. Er hätte nur nichts davon gesagt, weil er Angst hatte, dass dieser Mann seiner Frau und seinem Kind etwas antun würde. Diese Story wird ihm natürlich nicht abgenommen, zumal die Beweislage ausnahmslos dagegen spricht. Er wird zu mindestens 20 Jahren bis lebenslanger Haft verurteilt. Patricia kommt mit diesem Verlust und den Bildern in ihrem Kopf nicht klar, zumal sie jetzt komplett alleine auf dieser Welt ist. Ihr gesamtes Leben lang wird sie davon verfolgt. Patrick gelingt es, ihr so viel Sicherheit zu bieten, damit sie sich öffnen kann. Doch sie wird immer wieder von dieser Vergangenheit eingeholt. Sie scheint rastlos zu sein, nirgendwo ihre Ruhe zu finden, leider auch nicht bei ihrem liebevollen Ehemann. Und so kommt es, dass Patricia auch ihn aufgibt. Wie schon erwähnt, wünscht sich Patrick seine Familie aber wieder zurück. Er verbringt seine Zeit so oft wie möglich mit seiner Tochter und, soweit Patricia es mal zulässt, unterstützt er sie, wo er kann. Am 5. April 1999 passiert dann das Unfassbare. Patricia feiert ihren 36. Geburtstag. Patrick überrascht sie mit ein paar Geschenken und schlägt vor, den Tag gemeinsam als Familie zu verbringen. Sie hat aber schon andere Pläne mit einer Freundin. Patrick beschließt die gemeinsame Tochter Amanda, für ein paar Tage zu sich zu nehmen, damit Patricia ihren Geburtstag ausgiebig feiern und etwas Freizeit genießen kann. Als die beiden die Mutter verabschieden und ihr eine wundervolle Zeit wünschen, dreht Patricia sich noch einmal zu Patrick um und sagt, Sie und ihre Freundin machen sich auf den Weg. Sie gehen zuerst in ein Casino und später in eine Bar. Der Abend scheint Patricia wirklich gut zu tun. Sie haben viel Spaß in der Bar, lachen und erzählen sich die neuesten Geschichten. Irgendwann gesellen sich zwei Männer zu den Frauen. Sie stellen sich als Ronny und George vor. Auf die Frage, ob sie einen Drink ausgeben dürften, erzählt Patricias Freundin, dass sie gerade ihren Geburtstag feiern. Die beiden Männer wollen auf sie anstoßen und bestellen einen Drink nach dem anderen. An sich eine völlig normale Situation in einer Bar. Ronny und George erzählen, dass sie beide in ihren 30ern und geschieden sind. Dadurch leben sie zusammen in einer WG. Ronny scheint der Selbstbewusstere der beiden zu sein. George der etwas ruhigere, der zu seinem Kumpel aufblickt. Man merkt, dass Ronny der Anführercharakter ist, der einfach erwartet, dass die anderen tun, was er sagt. Patricia ist ihm schon den ganzen Abend aufgefallen und er unterhält sich fast ausschließlich mit ihr. Die Gruppe trinkt an diesem Abend ziemlich viel und die Männer bestellen einen kurzen nach dem anderen. Patricia, die den vielen Alkohol nicht gewohnt ist, kämpft schon nach kurzer Zeit mit sich selbst. Ihre Freundin möchte den Abend dann so langsam zum Ende kommen lassen, da sie am nächsten Tag ja auch arbeiten muss. Wie es aber so ist, stellt sich die Feierlaune nicht direkt ab und Patricia möchte noch nicht gehen. Sie sagt immer wieder, dass sie nur noch einen einzigen Drink bestellen, bei dem es dann aber nicht bleibt. Ihre Freundin möchte trotz allem nach Hause. Bevor sie geht, muss Patricia ihr versprechen, dass sie auf gar keinen Fall mit den Männern mitgeht und nach dem nächsten Drink auch wirklich den Abend beendet und nach Hause geht. Ich persönlich stufe das Versprechen einer schon grenzwertig betrunkenen Frau nicht gerade als zurechnungsfähig ein, aber gut, das lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Die Freundin verlässt also die Bar und Patricia bleibt allein mit den Männern zurück. Ronnie überredet Patricia dazu, noch einen weiteren kurzen zu trinken. Dann machen die Männer ihr einen Vorschlag, den wir schon einmal gehört haben. Sie möchten ihr einen ganz besonderen Ort zeigen, wo sie die Sterne bewundern und ihren Geburtstag zelebrieren können. Patricia lehnt ab und sagt, dass sie müde ist und nach Hause möchte. Sie bittet den Barkeeper darum, Patrick anzurufen, um sie abzuholen. Da es schon mitten in der Nacht ist und Patrick tief schläft, hört er das Klingeln aber leider nicht. Also hinterlässt der Barkeeper eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter. Dann fragt er Patricia, ob er noch jemanden anderen anrufen soll. Leider hat sie aber keine weitere Nummer bei sich und kann somit niemanden nennen. An diesem Punkt frage ich mich, warum keiner auf die Idee kommt, ein Taxi zu rufen. Jedenfalls verlässt Patricia die Bar dann doch mit Ronnie und George. Sie nehmen die stark angetrunkene Frau mit zu sich in ihre Wohnung. Ab diesem Punkt weiß sie nicht mehr, wo sie sich befindet. Und der Alkohol scheint seine Wirkung zu verstärken. Nicht auszuschließen, dass ihr sogar etwas ins Getränk gemischt wurde, da sie völlig neben sich ist. Sie kann zwar einen Schritt vor den anderen machen und ein paar Worte von sich geben, aber wirklich ansprechbar ist sie nicht. Die Männer vergehen sich beide an ihr und schießen sämtliche Fotos von ihrer Tat. Patricia ist ihnen völlig ausgeliefert und befindet sich in einem Zustand, der es den Männern leicht macht, mit ihr anzustellen, was immer sie möchten. Als sie mit ihrer widerlichen Tat fertig sind, verfrachten sie die wehrlose Frau ins Auto. Ronnie befiehlt George zu fahren und gibt ihm die Richtung an. Sie erreichen eine ländliche Gegend, die von Wäldern umgeben ist. Und wieder, jeder noch so verzweifelte Schrei, würde hier von niemandem gehört werden. Sie parken das Auto und laufen tiefer in den Wald. Patricia schafft es mit Unterstützung, diese Strecke auf eigenen Beinen hinter sich zu bringen. Angekommen am Ziel, schaut sie in den Nachthimmel hoch und sagt, ihr hattet recht, die Sterne sind wirklich wunderschön. Ronnie wird ungeduldig, schließlich hat er sie nur hierher gebracht, um dafür zu sorgen, dass niemals jemand etwas von diesem Abend erfährt. Er geht plötzlich auf Patricia los und beginnt sie zu würgen. George steht geschockt daneben und kann angeblich nicht fassen, was gerade passiert. Als Patricia sich nicht mehr regt, lässt Ronnie von ihr ab, in dem Glauben, dass sie nicht mehr am Leben ist. George beginnt Ronnie panisch anzuschreien und ihn zur Rede zu stellen, warum er das getan hat. Aber Ronnie scheint eiskalt zu sein. Sie machen sich auf den Weg zurück zum Auto. In diesem Moment kommt Patricia wieder zu sich. Jetzt wäre ihre Chance. Bloß nicht bewegen, unauffällig einatmen, abwarten, bis nichts mehr zu hören ist und die Männer außer Sicht sind. Dann könnte sie versuchen, Hilfe zu holen. Aber dazu müsste sie direkt logisch denken, was Patricia leider nicht gelingt. Sie steht auf und fängt sofort an, panisch wegzulaufen. Da die Männer noch nicht weit weg sind, kriegen sie das mit. Ronnie jagt ihr hinterher und weil sie natürlich immer noch schwach und benommen ist, holt er sie schnell ein. Aggressiv beginnt er auf sie einzustechen. So lange, bis er sich dieses Mal sicher sein kann. Drei ganze Tage vergehen, in denen sich Patricia nicht bei Patrick meldet. Er beginnt sich Sorgen zu machen, obwohl er weiß, dass es eigentlich nicht seine Sache ist. Er nimmt an, dass sie sich einfach ein paar schöne freie Tage macht. Als sie dann aber nicht wie geplant zur Arbeit erscheint, weiß er, dass etwas nicht stimmt. Er fährt überall Plätze ab und sucht nach ihr, aber niemand hat von ihr gehört. Also geht er zur Polizei, um sie als vermisst zu melden. Im selben Zeitraum ist eine Frau in den Wäldern unterwegs. Sie stößt dann auf den leblosen Körper von Patricia und informiert sofort die Polizei. Es dauert nicht lange, bis die schreckliche Nachricht auch bei Patrick ankommt. Er sagt der gemeinsamen Tochter, dass ihre Mutter gefunden wurde. Amanda schaut ihren Vater an und sagt, sie ist nicht mehr am Leben, stimmt's? Die Fahndung nach dem Täter beginnt und es werden Leute aus der Bar als auch Patricias Freundin befragt. Es dauert nicht lange, bis George und Ronny ins Visier gelangen. Die Wohnung der beiden wird durchsucht und die Kamera sichergestellt, auf der sämtliche Fotos von Patricia gefunden werden. Sie fotografierten sie sogar im Wald, kurz bevor sie starb. Außerdem wird Blut auf Ronnys Jacke sichergestellt, die er laut Zeugen an diesem Abend getragen hat. Mehr brauchen die Ermittler nicht. George wird zu 30 Jahren Haft verurteilt, weil er gegen Ronny aussagt und vor Gericht alles erzählt. Ronny hingegen wird zu 65 Jahren Haft verurteilt. Dennis Mitchell, der für den Mord an Marie saß, wurde 2019 nach einer 40-jährigen Haftstrafe aus dem Gefängnis entlassen. ? Untertitelung des ZDF, 2020